Willkommen bei der Bildungsakademie. Wir begleiten Ihre Karriere von der Ausbildung bis zum Bachelorabschluss. Die Bildungsakademie hat mir eine neue Tür in die Zukunft geöffnet. Durch den Meisterkurs Elektrotechniker steht mir zukünftig alles offen. Eine Führungsposition im Betrieb oder vielleicht werde ich ja bald mein eigener Chef. Während der Elternzeit war ich zu beschäftigt, um mit der rasanten Entwicklung der Technik Schritt zu halten. Die Kurse der Bildungsakademie helfen mir beim Wiedereinstieg und bringen mich auf den neuesten Stand. Jetzt starte ich mit der Bildungsakademie nochmal neu durch. Die Kurse der Bildungsakademie machen mich für meinen Chef unverzichtbar. Hier bekomme ich alles mit, was ich für die gesetzliche Schweißeprüfung brauche. Neue Energien verändern die Welt. Es ist wichtig, fachlich darauf vorbereitet zu sein und sich rechtzeitig weiterzubilden. Mit dem Meistertitel wird mir die Welt offen stehen. Theorie und Praxis werden im Meisterkurs optimal verbunden. Gut, dass es die überbetriebliche Ausbildung gibt. Damit bin ich bestens auf die Gesellenprüfung vorbereitet. Das Bäckerhandwerk ist ein Beruf für alle Sinne. Die Meisterausbildung steht für Qualität. Das wissen auch unsere Kunden. Ich möchte mich gerne mit meinem eigenen Salon selbstständig machen. In der Bildungsakademie hole ich mir die wichtigen Informationen und das notwendige Fachwissen. Ich bin aus dem Allgäu an die Bildungsakademie Rottweil gekommen, weil hier Tradition und Technik perfekt vermittelt wird. Durch die Vorbereitung zum Meister bin ich nun in der Lage, auch komplexe Bauprobleme zu lösen. Die Bildungsakademie, ein Unternehmen der Handwerkskammer Konstanz. aus dem Allgäu an die Bildungsakademie, our Untertitelung des ZDF, 2020